Hallo, mein Name ist David. Ich bin 10 Jahre alt. Hallo, mein Name ist Stefanie. Ich bin 13 Jahre alt. Meine Hobbys sind Fahrradfahren und mit meinem Hund spazieren gehen. Hallo, mein Name ist Juan. Ich bin 10 Jahre alt. Meine Lieblingsmöglichkeiten sind die Spaghetti und die Hamburgerie. Hallo, ich heiße Josef, bin 12 Jahre alt, wohne in Berlin, gehe auf die 11. Grundschule am Berg. Hi, my name is Sophie. I'm 10 years old and I have a brother called Chris and he's 13 years old. I have two pets, one dog called Phoebe and one cat called Minnie. Hallo, mein Name ist Maria. Ich bin 12 Jahre alt. Ich habe eine kleine Schwester, die ist 5 Jahre alt und heißt Katharina. Hi, my name is Dani. I am 10 years old. I live in Stockport. I have a brother called Ryan who is very annoying because he shouts all the time. Hola, me llamo Irene. Tengo 11 años y veo en Kasla, un pueblo de Segovia. Mi deporte favorito es la natación. Ich bin 12 Jahre alt. Ich bin 12 Jahre alt. Wälder, wo ich shin�데, bin 12 Jahre alt. Was ist ein Motorradis? Ich bin 12 Jahre alt. Vielen Dank.